hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom last epoch let's play direkt nach dem tod wegen screenshot machen diese spitzen sind übertrieben aber gar nicht gezählt lol what the fuck ich bin immer noch unsterblich das spiel ist so heftigst nervig manchmal bei diesen spitzen und so weiter ich bin doch gerade gestorben aber vielleicht zählt das nicht weil man nicht im spiel drinnen war oder ich muss ja für den screenshot muss ich da im screenshot programm im vordergrund sein und dann ist das spiel im hintergrund stand einfach ich bin gestorben aber eigentlich bin ich ja gar nicht gestorben genau wieso gibt es im ersten echo mit diesem charakter direkt die schlimmsten oder die zweitschlimmsten echoes also dinge ja spitzen das ist so was von nervig liebe entwickler macht doch das mal weg spitzen da braucht niemand wer kennt es nicht aus irgendwelchen alten spielen so autotarts hey das ist nervig deshalb spiele ich auch gar keine tower defense oder so es ist nervig man möchte in ruhe gelassen werden wenn man nicht spielt und eigentlich sollten die aufhören aber ihr seht es sie casten weiter es wurde nämlich in den patch notes wurde das so geschrieben turds tun nicht mehr casten wenn man steh steht aber sie casten noch bis zehn sekunden später noch sie hören dann schon ein bisschen auf aber man hat doch nicht so viele giftriss am anfang von den echoes von monolithen keine ahnung das ist für mich sowas von erniedrigend nervig das müssen sie wieder beheben jetzt müssen wir zwei punkte hier rein tun hier müssen wir so langsam genau da unten links und hier noch rein also hier und hier hier müssen wir muss ich ein bisschen nachdenken glaube ich hier noch gehen auf jeden fall zumindest zwei aber ich möchte eigentlich raserei mitnehmen aber das brauche ich nicht scheinbar unbedingt und hier muss ich ja noch die 233 machen und hier ist es glaube ich zwei und drei so alles andere schauen wir dann noch nach ich bin jetzt so schnell wieder reingeworfen worden mich ist es halt wirklich so dass ich nicht gerne sterbe es ist wirklich nur ein spitze gewissen oder easy dann gehen wir weiter und ja ein mage mit schild ist einfach am anfang noch nicht gut genug aber nicht zu spitzen gebrauchen wie so schnell casten auch nicht aufhören und alles mögliche tja gut aber immerhin habe ich dieses rote schild hier noch nicht weg bug user also ihr seht es ich bin gestorben die kiste ist nicht hier aber ich möchte doch ein screenshot machen lieber spiel ich bin gerne ein bisschen am austicken an die stelle das haben ein paar leute schon mitbekommen da und mein ja noch ein bisschen lieber zuschauen aber jo eben den wert let's play ist halt schon sehr sehr runter gegangen viele leute wollen gar keine games mehr bauen sie wollen entweder selber spielen oder halt jo etwas anders machen und dabei ist es vor allem für mich als jo kranker mensch nervenkranker mensch dann immer viel besser wenn ich das auch sehen kann ähm ein spiel weil manche spiele tun mich dann einfach sehr triggern also man hast immer so das gefühl du wirst da abgelenkt dort abgelenkt da musst du wieder deine reaktionen zeigen und so weiter das ist manchmal sehr schwierig und last epoch ist eigentlich nicht so das ist für mich voll viel mehr entspannter als ein rollenspiel oder ein ego shooter oder ein aufbaustrategie spiel oder so man hat nicht so das gefühl man ist unter zeitdruck man kommt nicht weiter oder das macht keinen spaß so diese faktoren sind manchmal doch auch ein bisschen schwierig oder und da braucht man manchmal einfach auch abwechslung oder ein anderes spiel spielen und so weiter könnt ihr vielleicht auch selber also für viele wird es wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein aber wenn man auch ins alte kommt und man auch liebend gerne mal story sieht und da ist es schon manchmal auch triggrend wenn man hat ein spiel spielt wo jetzt nicht eine story im vordergrund steht oder sehr schwer zu steuern ist oder so sachen ich bin ja jetzt auch langsam im rollenspiel in gta von meinem server gta rollenspiel reinkommen und für mich ist es erstmal schwer eine autoprüfung zu machen habe ich schon ein auto gefahren in meinem leben nein so hier muss ich da noch kurz schauen wie viele punkte einen ok aber ich muss ja sowas hier weitermachen genau jetzt mal ein bisschen bewegungsgeschwindigkeit das ist jetzt momentan noch nicht der fall ja man muss 60 punkte drin haben das ist sehr wichtig ja nur die schuhe haben ein bisschen bewegungsgeschwindigkeit eins ich hoffe das ist easy ja mich freut es dass wir so schnell killen oder das macht es auch wieder ein bisschen leichter durch die monolithen zu kommen wird halt wieder dauern also ich werde sicher heute noch ein livestream machen mit dem last epoch am abend also für mich ist es morgen dann weil ich heute rollenspiele und jo es ist gerade sehr viel entspannter auch zu livestreamen da ist der Bock ich habe manchmal schon gut subkommentare bekommen und das hat es halt auch ein bisschen ja erforderlich gemacht so zu spielen und du hast ja auch nicht immer zeit deine kommentare zu schauen und zu beantworten oder ich bin eigentlich mitten im kampf aber das mache ich natürlich gerne danach später viele merken das nicht sind dann manchmal auch ein bisschen enttäuscht und gehen dann wieder das ist klar also ein Zuschauer möchte natürlich auch gleich sofort die Frage oder ja begrüßt werden oder so das ist klar und ich habe auch das gefühl dass bei mir schon viele sehr verwünscht sind wahrscheinlich schon die ganze zeit die aber 2 gezockt haben damals einfach gar nicht mal mehr so das game sehen wollen eher so ein bisschen schauen wollen oh ich bin so weit und jo nicht so viel spaß wenn du noch nicht so weit bist und so sehr antwortlich da gibt es natürlich auch die leute die bei mir so gerne schauen weil sie mich kennen oder nicht wegen dem spiel oder so jo ich denke wenn ich so langsam mal ein spiel entwickeln könnte also im park mit entwickler hätte ich könnte ja ein spiel machen das vielleicht sogar besser ist das last epoch momentan aber dann nach dem patch dann 1.0 weil es fehlt schon noch sehr viel also ich könnte so noch viel entwickeln das interessanter ist als sie es machen können das ist eine menge aber das ist heftigst viel aber erstmal alle texturen noch zu machen das clipping oder dass man nicht irgendwo durchlaufen kann so sachen ist schon sehr antwortlich auch wenn man ein team hat dann fühlt man sich schon ziemlich fein so zweimal crit ah eins ist vermeidung glaube ich gewesen ziemlich gut viele crit sachen die brauche ich natürlich für den weg so was muss ich machen einfach wildgate und das ist ein ambush weil wildgate sonst für schon zu sehen sind mit dieser gottsbrühe gottsbrühe wir haben übrigens den letzten skill freigeschaden zum level zum level zum level 50 ja sehr gut ich habe sie schon mal bei diesen skleks einfach gewartet die machen heftigste damage die sind doch eigentlich tanks lieber entwickler macht doch die nicht so mega stark oder die bogenschützen ne skleksbogenschützen vielleicht denken die an die mögliche so ja weil sie langsam sind müssen sie fischer haben stimmt aber nicht so jetzt schauen wir mal kurz das schild das schild das schild das schild auf 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 einen kreis hier das habe ich nämlich schon mal gemacht aber musst du wegen diesen glyphen sich jetzt rückstablen also machen wir genau das was wir eigentlich machen müssen einmal sich im kreis drehen äh am schluss einmal sich im kreis drehen so genau also gut was jetzt ein punkt ein doppel ich sehe immer weniger den hintergrund keine ahnung aber ich sehe hier zum beispiel den unterschied zwischen dem und dem eigentlich gar nicht mehr weil es einfach viel zu dunkel ist es blendet mich so in den bildschirm also dieser bildschirm so voller blende geblende sonnengeblende der arme trauk kann am abend nicht aufnehmen weil er live streamt und das spiel so lange lädt weil so viele spiele online sind Wenn der Entwickler mehr Geld hätte, gebt er dann wirklich Geld für die Server. Bitte, so schnell wie möglich. Nein. Oh, das sieht immer so schön aus, wenn diese großen Bienenblitze die Gegner huschen. Ich habe die letzten paar Parts am Abend während der besten Zeiten aufgenommen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Jo, und jetzt ab heute wahrscheinlich wieder die tägliche Leistung. Oh Gott. So Leistung, also Rollerplay. Ich werde so einen alten Mann, der ein bisschen überfordert ist mit vielen Leuten oder so spielen wahrscheinlich. Damit ich einfach ein bisschen gechillt spielen kann. Jo, und sonst einfach mecken, wenn es euch nicht geht. Ich werde sowas von lustiges sagen. Dann frage ich mich noch, ist das Last Epoch? Sind wir hier in Last Epoch? Ich glaube immer, wenn irgendwo geschossen wird oder ein bisschen Action ist, müssen wir hier in Last Epoch? Wir leveln noch zurück. Jetzt müssen wir eigentlich nur ein bisschen drin bleiben, damit es schneller geht. Ne, wir machen es durch. Jetzt haben wir alles verhört. Feier, Rüden! Genau, das ist Schutz pro Sekunde, ist zum Beispiel sehr gut für den Anfang. Das macht uns sehr. Gut. Genau, Idole, aber es wird natürlich nicht so gute Idole sein. Aber wir sind schon weit gekommen, das ist das Wichtigste. Also, machen wir jetzt hier die Rutsch-Spritter. Also das mit dem Kettenblitz, was so einen Bogen macht, so eine Schlaufe. Das ist ziemlich geil. Das triggert aber sehr wenig. Das ist für mich schon wirklich einer der besten Bills. Auch wenn wir noch nicht so weit sind von das Gefühl. Ja, mit ein bisschen Feintuning und so kann das wirklich sehr weit, kann der Bills sehr weit kommen. Ich habe jetzt gar noch nicht so Feedback bekommen. Es ist jetzt klar, jetzt ist ja bald auch die Vollversion da. Das Reden, also jetzt sind die Leute nicht so aktiv. Ich habe aber irgendwie so über 50 Zuschauer in einem halben Tag bekommen. Es ist schon beliebt noch. Die meisten werden uns wahrscheinlich nur kurz immer schauen, das Game. Wer ihnen interessiert ja dann später das Game und nicht jetzt. Ich bleibe immer bei den Games sehr aktiv, die wirklich gepatcht werden. Die kommt und kommt. Und bin halt nicht so einer, der wirklich auf Luxus herrscht. Ich brauche keinen Lobtoy. Ich brauche Art Epoch. Art Epoch ist kein Lobtoss. Das ist eine Arbeit. Es kommen viele Patches. Man kommt viel vorwärts. Man muss viel austesten. Man muss gute Items finden. Es sind aber Zeit. Das ist eine Häufige, oder? Nein, aber es macht halt einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Zum Beispiel die Diablo 4. Das wickele ich auch noch mal so ein bisschen. Es sind sehr viele dazugekommen von Diablo 4. Viele wurden so enttäuscht, dass sie einfach das Spiel gewesselt haben im Genre. Und ich finde es halt gar nicht witzig, dass wir Veteranen von Last Epoch drüberwitzeln. Kann ich auch verstehen. Man wurde herbe enttäuscht von Blizzard. Man hat sie eigentlich sehr vertraut, dass sie es besser machen. Sie machten es aber schlechter. Das ist hart. Das ist sehr hart. Aber ich habe ja schon vor Release gesagt, ich werde das Spiel so nicht spielen. Und ich habe immer noch das Problem, dass das Spiel abstürzt nach dem Charakterauswählen. Ich wähle den Droiden aus. Absturz. Ich wähle die Jägerin aus. Abwärts. Egal was ich mache. Abwärts. Wie soll ich denn spielen? Wie soll ich ein Spiel spielen, das abstürzt? Keine Ahnung. Ich spiele den Absturz Simulator 2024. Das motivierendste Spiel aller Zeiten. Abwärts Simulator 2024. Neu für 100.000 Euro im Handel. Nur im Handel. Nur im Handel. Nicht online. Nur auf blizzard.com. Und battle net oder was das heisst. Keine Ahnung. Die Homepage noch heisst. Aber auf jeden Fall. Ja. Der Absturz Simulator. Den könnt ihr online nicht bezahlen, weil alles abstürzt. Oh je. Fertige Troll. Das ist natürlich ein Troll. Der Absturz ist richtig. Aber das lustige Drumherum. Das muss halt zuerst auch mal lustig sein. Und das haben die Entwickler halt geschafft. Aber keine Ahnung was man halt machen kann. Damit es nicht abfällt. Das hat irgendwas glaube ich mit Windows 10 zu sehen. Irgendwie eine Einstellung oder so. Könnte auch ein Video sein. Äh. Ja. Der Ort sein, wo ich das habe. Die Temperatur. Könnte auch Last Epoch sein. Dass es nicht will, dass ich die Zeit lieber in Diablo 4 stecke. Keine Ahnung. Aber das war zum Beispiel lange Zeit bei The Red Dead Redemption außer dem zweiten Teil. Ich habe auch abkürze gehabt als Spielstart. Und das habe ich gelöst. Fortnite ja auch kurz. Und ja. Aber bei Diablo 4 bleibt es so. Solange die Entwickler da nicht irgendwas besser einstellen, kann ich Diablo 4 sowieso nicht zocken. Ich weiss ja auch nicht, weil ich halt einfach das Video gehöre. Es ist eigentlich motivierend. Das Itemsystem existiert irgendwie überhaupt gar nicht richtig. Weil du kannst nur bis irgendwie Level 85 Items finden. Und du brauchst zwingend diese Legendary, Überlegendaries. Damit du überhaupt, ja gut, Bosse besiegen kannst. Fahr mal rein. Diese Überbosse. Duriel zum Beispiel. Wieso ist Duriel ein Überboss? Also in Diablo 2 war er ja ziemlich schwach. Hatte auf Hölle zwar ja nervige Resistenzen, also Immunitäten sogar. Aber ja, ist eigentlich eine Lusche. Und wieso ist ein Diablo 4 eher dann so ein mega Überboss, oder? Keine Ahnung. Und ich kenne nur ihn. Die anderen drei glaube ich, kenne ich gar nicht. Man hört immer nur Duriel, glaube ich wegen Harlequins Krone. Aber was ist Harlequins Krone überhaupt? Es ist halt einfach legendär geworden, weil es so stark war in Diablo 2. Aber es ist eine Harlequins Krone. Eine Krone von einem Hofnarren. Ich frage mich, für was muss man das tragen in einem Game? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist das gleiche wie ins Keim dieses Cicero. Für was muss ich den erwischen? Also treffen. Der nervt ja nur herum. Bei dem kann man auch die Rüstung und so klauen. Ich weiss jetzt nicht genau wie es geht, aber man kann ihn irgendwie töten dann irgendwie später. Und dann trägt er das einfach. Oder man muss es irgendwie klauen. Man kann es keinem irgendwie klauen. Also so heftig klauen, dass irgendwie der Gegner stirbt, oder? Irgendwie so etwas war es. Und dann bekommst du die Items, wo eigentlich einen MC gehören. So. Dann machen wir noch einen Punkt hier rauf. Und dann müssen wir noch hier. Zauberschaden-Buff für ein bisschen mehr Schaden. Gut. Also liebe, was ist denn das für ein Geschoss? So ein Torpedo oder eine Rakete? Also manche Gegner sind auch recht zäh, das ist ja immer so. Aber die kann man ja mit der Penetration dann gut rigen oder töten. Die haben wir jetzt auch gleich. Haben wir eigentlich relativ schnell jetzt diese Bewegungsgeschwindigkeit? Noch einen Punkt, glaube ich. Wie schneller! Wie schneller! Wie schneller! Den mache ich jetzt nicht. Das ist zu lange. Also wirklich. Die Marge müssen sich noch heftig überarbeiten. Das ist so ein Content, der einfach reingeworfen wurde aus Zeitgründen. Also macht nicht so viel Spaß. Zu Trefferschaden muss ich, glaube ich, auch moxen. Ich werde vielleicht nachher zwischen diesem Part und dem nächsten Mal alles checken und sonst reskillen. Aber ja, der Bait ist sehr spaßig. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Freude. Ich möchte eigentlich jetzt sogar noch mal so einen zweiten Part aufnehmen. Aber ich muss ja live streamen. Das live nachher. Wahrscheinlich kommt noch nicht, ja, GTA und Spiel. So, Lukas, wenn er Zeit hat mit mir da Begleitung zu machen. Er kennt sich aus natürlich. Er ist ja auch der Hersteller von Motzen und so. Und ich bin ja der Mapper und es geht jetzt momentan noch nicht so gut. Das würde ich auch gerne in einem letzten Mal machen. Eine Stadt bauen und eine schöne Stadt Hamburg. So. Ich nenne wahrscheinlich mein Taxi-Unternehmen. Die Tour. Weiss Hamburg die Tour heisst. Einen Punkt hier und dann wieder mehr Schaden. Und Schlebeschaden. So. So. Bald sind wir so. Hm. Wo gehen wir hin? Weiter hin. Die Abklingzeit leider haben wir da noch gehabt. Also unbedingt durch waschen und nicht die Balken füllen. Weil wir dann die Abklingzeit nicht beim Boss haben. Also ich glaube der Boss hat diese Modifikation nicht. Ich habe immer noch nicht so richtig das gecheckt. Weil es wird zwar angezeigt, ob der Boss hat nicht weniger Abklingzeit oder so. Das ist das andere gleich hinten. Rechts oben. Das ist ja nervig. Da haben wir in deiner Sackgosse scheinbar. Boah. Jetzt momentan mit genügend Mana auch und so. Das ist sehr geil. Immer wieder teleportieren. Immer einen anderen Effekt scheinbar. Ziemlich geil. Ja. Blitz. 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 Äh. Blitz. Blitzkrabbe. Ja. Auch Scarium hat mir sehr viel auch wieder Inspiration gebracht. Bisschen lustiger zu sein. Bisschen Freude zu haben und so. Ja. Und wenn irgendwas nervt, dann schreibt es in die Kommentare. Boah. Jetzt habe ich gerade richtig Krempe. Genau. Vor meinem Brustkorb wieder. Es kann schon sein, dass ich irgendwie so ein bisschen ein Herzproblem habe. Aber heutzutage die Ärzte oder so. Äh. Die würden jeden sterben lassen. Die würden erst reagieren, wenn es wirklich heftig ist. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Wenn ich jetzt nicht ständig auch sage, wie ich mich fühle und alles. Wenn die überhaupt nie etwas machen. Schade geworden, dass die Ärzte auch zu viele Probleme machen. Vor allem auf die Pläger, oder? Also die Sekretärinnen. Und ich weiss mal wie. Die müssen halt immer auch vieles machen dann noch. Zum Beispiel Blut abnehmen. Und ja. Ja. Die Termine immer ständig, oder? Die leiden wahrscheinlich unter vielen Ärzten. Ja. Und dann diese Therapeutinnen. Für was arbeiten eigentlich Therapeutinnen? Die machen gar nie was. Wenn, dann schreiben sie Dinge über dich irgendwie auf. Oh. Der hat das gemacht. Und er hat das gemacht. Und dann hat er das falsch gemacht. Das ist kein Job mehr. Das war eigentlich nie ein Job. Klärt mir mal ein bisschen auf, wie wichtig so ein Job ist. Aber ich glaube nicht, dass der wichtig ist. Wir haben so. Kälteschaden über Zeit. Wir haben ja einen Kälteschaden. Ja komm, die nehmen es. Und der Schutz ist ja auch ziemlich gut. Mehr Flammenschä... Oder Flammenaura. Was ist das? Flammenschutz. Also das Starskill. Ja. Gut. So. Dann gucken wir mal nach oben. Ja. Und dann haben wir auch so langsam wieder einen Part geschafft. Oh. Eine Arena hat zum Schluss. Sehr schön. Ich finde, Arenen machen immer mehr Spass. Sie sind nicht so... Jo. Nach einiger Zeit lang, weil... Man hat immer Action, oder? Ja. Die Gegner könnten wirklich... Später. Bei einem Empowered schneller spawnen. Jetzt gerade so töten wir sie natürlich zu schnell. Und dann haben dann einfach Pausen. Ist klar. Aber so ein Endgame, wenn du ein bisschen länger brauchst für einen harten Gegner. Schon gerne ein bisschen mehr Action. Bei mehr Gegner. Wenn es auch ein bisschen schwieriger ist, oder? Hier haben wir leider auch wieder diese Skelettfrogenschützen, die sehr stark sind. Es sind nicht die richtigen. Es sind die Armbrustschützen, die mega stark sind. Aber die machen auch heftige. Ja. Einfach wenige. Klar. Eine Armbrust macht einfach mehr Charme. Ah. Da freue ich mich in Skyrim auch. Armbrustschießen. Oh. Oh. Sie sind zwar auch langsam in Skyrim. Klar. Aber... Oder sind sie auch sehr sehr geruchtiger. Das freue ich mich dann. Ja. Jetzt muss ich noch neu anfangen mit Skyrim bei einer Mod. Ja. Und den Schwierigkeiten gerade immer auf Novize steht. Und jetzt muss ich zuerst mal checken, ob das geht. Und in dem Tutorial, wo ich jetzt gerade bin, mit dem Mod, mit Einstellungen, Mod nehmen, ist die Schwierigkeiten gerade gar noch nicht veränderbar. Da muss man glaube ich erst der Höhle sein. Ja. Und Skyrim ist halt auch nicht mehr beliebt. Die meisten sind wahrscheinlich gesättigt nach 13 Jahren oder. Aber Spiele sind halt nicht so wie Bücher. Bücher könnte man immer wieder mal lesen oder so. Spiele verlieren sehr schnell an Interesse. Vor allem wenn sie nicht mehr geupdatet werden. Da wurde aber Skyrim erst kürzlich mal geupdatet. Ja, das ist halt wirklich schon sehr alt. Naja. Ist manchmal schade. Gut. Dann sind wir fertig mit dem Part. Wir können im nächsten Part natürlich dann den Boss machen. Drei Missionen. Der Boss. Und jo. Ich möchte natürlich nicht wieder Lagun nehmen. Wir müssen wieder links herum. Ich kann aber auch ein bisschen mittleriger bleiben. Mal gucken. Dass wir so schnell wie möglich zu den Empowered Moden jetzt kommen. Dann wirklich tollen Bild. Jo. Sonst gibt es noch ein Werbeer Bild. Den ihr vielleicht ausprobieren könnt. Im aktuellen bei lastepoctours.com. Mit Dot. Aber kein Frostbite. Wie geht Eis Dot? Also es ist halt einfach, dass es immer wieder Möste, wenn man so tickt. Ja, schon ein bisschen Dot. Aber es ist der erste Sekunde. Schaden. 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 Das ist für mich kein Dot. Für mich ist Schaden. 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 Schaden.